Kommt vor. Oh, mich beobachtet einer. Oder uns besser gesagt. Aufpassen. Werden beobachtet. Wie viele Mal werden Sie mich verletzt? Das ist auf dich. Und wie gut du in dieser Phase des Testen machst. Willkommen in American Rust. Meine Haus aus der Hellen. Richtig und schwer. Das ist dir gut. Max, wie toll das ist? Ich habe meine beste Freundin zurück, und sie ist auch super-sized. Wir wissen nicht wie lange. Genau, warum es Zeit ist, um Spaß zu machen. Okay. Aber jetzt nicht mit Schuss. Na, auf Combo. Okay. So, machen wir uns mal auf die Suche noch von Flaschen. Und die ist klar. Und die ist klar. Oh, ich sollte Feuer ansehen. Oh, ich sollte Feuer ansehen. Ja, aber sie geht kaputt. Ich sehe eine Möglichkeit, die Flasche zu nehmen. Die Kiste bewegen. Ja, geht doch. So, bleibt die Flasche heile. Easy. So. Ein altes Boot. Oh, eine alte Kamera. Nice. Da, da steht sie da drauf. Das ist ein Hemd. Das suche ich nicht. Eine alte Puppe. Ein Autowrack. Ein Autowrack. Okay. Wo haben wir noch ein paar Flaschen? Bestimmt hier drin irgendwo. Ein Armband da. Oh. Nehmen wir die Flasche mit. Boom. Nur drei Flaschen. Nur drei Flaschen. Sie scheint hier anscheinend sehr oft zu sein. Und anscheinend. Oh, da oben. Oh, was denn? Frag jederzeit. Oh, hallo. Frag jederzeit. Oh, hallo. Frag jederzeit, wenn dir mehr einfällt. Geht's schon los. Erstmal. Müssen wir auf das Schiff jetzt kommen. Das ist die Frage wie kommen wir auf das Boot um... an die andere Flasche ran zu kommen. Ich glaube irgendwas können wir hier mit dieser Holzplanke noch bestimmt machen. Wow, auf die Idee bin ich jetzt auch schon gekommen. Oh, eine Spritze. Oh ja, brauchen wir unbedingt mit irgendwelchen Krankheiten einpacken. So, können wir hier hochgehen und können wir die Planke als Brücke nutzen. So, Flasche Nummer 3. Also ich mein gut, wenn man halt echt ein, vielleicht wirklich schwere Familienverhältnisse hat, dann ist so ein Zufluchtsort vielleicht gar nicht mal so verkehrt, sag ich mal. Aber man braucht halt immer mal irgendeinen Zufluchtsort auf jeden Fall. Und ich mein, auch wir als Kinder haben viel, viel Mist gemacht und waren an viel skurrilen Orten. Auf jeden Fall. Und chillt, wenn man das kann. Da will ich nicht hin. Oh, die Flaschen stehen, ey. So, hier noch zwei Flaschen suchen. Alte Puppe. Die Kamera, die hatten wir schon. Eine Waschmaschine. Ah, da ist noch eine Flasche. So, ein. Und hier will sie nicht hin, ne? Oh, doch. Oh, hallo. Ich tipp doch nicht so schnell. Max entschuldige, dass ich dich mit meiner Bitte um Rat belästigt habe. Ich sollte nichts tun, außer die Welt mein Video genießen zu lassen. Kate, so habe ich das nicht gemeint. Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist. Dafür ist es wohl zu spät. Trotzdem danke, du hast vorhin drangegangen bist. Ich habe eine Freundin gebraucht und du warst da. Ich bin auf deiner Seite. Danke. Ja, ja, ja. Das Reh würde ein perfektes Foto abgeben, sagt sie. Können wir da vielleicht echt noch einen Schnappschuss haben machen? Nein, das wäre natürlich nice. So, jetzt machen wir. Sieht eher aus wie eine Illusion, das Reh. Okay. Schon strange. Da ist ein Baumstumpf, so. So, wo ist die letzte Flasche? Nein setzen. Hä? Es ist so kalt und primordial hier. Ich fühle mich immer, als ob die Flasche zu mir schlägt. Wie, wie Arcadia Bay versucht mir etwas zu erzählen. Ich muss nur die Message herausfinden. Tja, so. Jetzt stehen wir mal wieder auf hier. Wir sollen ja schließlich noch eine Flasche finden, um die Schießerei zu machen. Ja, hier feiern wir anscheinend ganz oft. Ja. Aber wo ist die Flasche? So. Kleidung. Ja, Kleidung ist egal. Die wird hier, glaube ich, keiner freiwillig anziehen, die hier steht. Also von daher müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir da eine Möglichkeit haben, die letzte Flasche zu finden. Tja, wo würde ich... Graffiti suche ich nicht. Da war doch gerade was. Lagerfeuer. Wow. Ah. Und da haben wir sie. Finde die von Flaschen. Jetzt kann ich diese Bottle-Bootie zu Captain Chloe. So. Tja, fällt nicht mehr. So. Jetzt gehen wir mal zu hier hin. Jetzt haben wir wahrscheinlich... Na, wo steht sie eigentlich? Ah. Da hinten ist er. Gut. Zeigen wir ihr alle fünf Flaschen mal. Danke, Max. Hm. Da hinten fühlte ich mich. Hm. Da hinten fühlte ich mich. Ein Stück nach rechts. Okay, ich muss mir... Ah, ich muss mir das jetzt melden. Okay, rechts. Hm. Hm. Oh, ja. Hast du gesehen, Max? Duh. Das war so fucking cool. Jetzt für die zweite Bottle. Jetzt, Max. Where do ich aim? Du bist auf der Target. Pull den Trigger. Oh. Oh. So, jetzt muss man wieder. Nach oben? So ist es doch einfach. Denken wir Kreativsätze. Ja. Ich vermische Sie die alten Computer-Montäure-Leben! Ja. Los, re-boot von einem Kugel. Mرو. Lame. Schieß auf die Raufräger. Schieß mal auf den Tank. Ähm, das ist gar nicht so hoch. Oh, du willst eine Flasche treffen. Die Scheibe wird es nicht bringen. Die Stoßstange ist zu offensichtlich, aber ein Rad könnte das ganze lösen. Ne, das auch nicht. Ne, die Stoßstange. Ah, ok. Und doch das Rad. Ich bin die Coolste. Ich bin die Stoßstange. Komm, Alter, sag ja. Mein Klau, weil ich meine Kräfte zutte. Ich bin die Stoßstange. Max! Oh, sie ist immerhin für mich da. Du bist mir da draußen. Du fühlst dich jetzt besser? Ein bisschen. Danke für mich zu helfen. Nur, gib mir einen Moment. Zu viel Aktion für Arcadia? Vielleicht nicht genug. Das ist ein bisschen Spaß. Scary und dumm, aber Spaß. Lass mich wissen, wenn du okay fühlst. Gott, diese Macht wirklich messen mit meinem Kopf. Ich bin froh, dass ich wieder normal fühle mich. Okay. Dann reden wir mit der Dame doch mal. Mit unserer besten Freundin. Ich bin auf jeden Fall bereit. Oh, 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 oh. Mit Stelma und Louise. Oder ist es Bonnie und Clyde? Entschuldigung, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad. You owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you have read it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? You'll see, sir. That is hilarious. Oh, man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory because I never forget. you have until friday to pay me don't ever pull crap like this again it'll be the last time you do dry bullets next time brainiacs okay that's why i'm not sure Chloe und mich Okay, wenn er nicht gefährlicher sein soll, wenn mich und Chloe dann ändern wir das Schon witzig so mit der Zeit zu spielen Oh, wir können ein Foto machen Hm hm So Erinnerungen sind immer gut Das hört mir wohl Nicht schießen Gute mich Ah, Christ Du bist mehr wie Abbott und Costello Schönes Pisch Ich werde das Interesse auf deinem Lohn Danke Du hast mich bis zum Freitag Oder ich werde dich mit diesem Interesse betreffen Hab eine gute Spiel, Kinder Na, das ist jetzt die Frage, welche ich entscheidend die Beste von war Du bist wirklich auf deinem Lohn Ich bin Freitag 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 Ja, jetzt kann ich überlegen, was besser ist. Ja, Leute, jetzt habe ich die Wahl. Ja, die Waffe. Aber ich habe nicht abgedrückt. Ich glaube, das war die beste Entscheidung, nicht abzudrücken.